...den Sozialarbeiter Heiko! 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 Ja, wunderbar, guten Abend. Güstrosch, tut nicht ganz, ich komme aus Bad Bergentheim, aber das mit dem Sozialarbeiter, das stimmt schon so weit. Das hat mir bis jetzt sehr gut gefallen hier, was ihr hier auf die Bretter, die die Welt bedeuten, gebracht habt. Ja, und ich habe ein Lied mitgebracht, das spiele ich immer mit meinen schwer erziehbaren Jugendlichen. Da geht es darum, was wir in den 70er Jahren alles Verrücktes gemacht haben. Es geht um eine Klassenfahrt und... Da ging es nun schon ganz, das kann man sich ja heutzutage gar nicht, weil das dürfte man ja gar nicht. Und das Lied heißt entsprechend auch die Klassenfahrt oder ich fahre so blau, blau, blau auf der Klassenfahrt, Bruder, da zeige ich Ihnen das. Heiko, danke schön. Ich war so blau, blau, blau auf der Klassenfahrt, hab sie beim Kondin, nack ich schon gesehen, mit ihrem roh, 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 und trüchen Finges an, wie ich je verstehen kann. Als am Auffahrtstag die Tür des Busses sich schloss, saß die heiße Katrin schon mal wieder auf dem Schoß. Sie las mir vor, ich acke einen Schwedier stehen. Wollt am liebsten auf die Pondtoilette gehen. So, was. Ho, la, di, ja, di, ja, ho, la, di, ho, ho, la, di, ho, la, di, ho. Ho, la, di, ja, di, ja, ho, la, di, ho, la, di, ho. Blau war mir, es war erst kurz vor cil particles. Da sag ich, Katrin, vor mir auf die Knie geh'n. Ja, ja, genau, na, so will ich Katrin seh'n. Gut für mich, denn ihr Gesicht ist nicht sehr schön, doch ihre rote Lippen waren jetzt dort an den Ring. Am rechten Ort, in der Herberge im nördlichen Obenwald, fühlte ich den Zugriff der Lehrer am Obenwald. Katrin brach der Haschisch, Mütze und Kaffee, von den Lehrern hast du keinen mehr gesehen. Euer Park geht so. Hol-la-di-la-di-la, hol-la-di-hol-la-di-ho! Hol-la-di-la-di-la, hol-la-di-ho! Ganz zurecht hat, hat sich der Stahl begagt. Mit drei Gramm Kops hab' ich ihr Dankeschön gesagt. Ja, ja, ne Frau, 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 wie die Katrin, ja, die Bess, und alle Sorgen weg, wenn man sie nur lässt. Mit so ner Sau, 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 dann zeigt sie ihren Dank doch keine Idee. Wie sie jetzt mitfragen! Dankeschön! Heiko! 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 Dabei, ja gut, einen kleinen hab' ich glaube ich noch! Handelt aber nicht von der Klaas V herdared! Sondern von meinem jetzigen Leben, ich bin im Pflegeheim, da bin ich als Sozialarbeiter. Damit bin ich glätt' nicht. Und da könnt' nicht erlebn' auch dein blaues Wunder ab und zu oder? Wollten wir mal das Ding rein, ne? Here on the other track! Heiko! 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 laciko, here we go! Vicks緩. Ich hab' nicht andere Rhythmik, geil! Geil, ne? Schwarzbrauch ist das Schwannbetttuch Schwarzbrauch bin auch ich, bin auch ich Schwarzbrauch wird mein Flieger sein Gerade so wie One Two Three von Schwarzbrauch ist das Schwannbetttuch Schwarzbrauch bin auch ich, bin auch ich Schwarzbrauch wird mein Flieger sein Gerade so wie ich Oh, Lord! Dankeschön!